hat er hier ganz schön zu ackern ach guck mal was da vorne fährt rechts betrescher hat er auf dem weg zur arbeit oder wie war das essen geiler scheiß geiler scheiß oder steht ja noch einer sogar noch an schon dir fällt mir also das gefällt mir richtig gut ich meine ja mir gesagt dass irgendwas noch haben an der grafik ändern aber so was cooles ha und wir haben eine technopäße auf die oren hauen Genau, schildern hier 80 fahren und das 60. Ach man ey. Da stand ein rotes X. Jetzt aufgepasst, Bart, wird es funktionieren. Mann, Mann, Mann. Das ist nicht normal. Und da vorne wieder die Maut. Und, ach, Grenzkontrolle. Und, ach, Grenzkontrolle. Ah, da fährt das Wohnmobil der Zukunft. Kleines Quietschding da. Kleines Quietschding da. Kleines Quietschding da. Ach, komm schon, ey. Wieso wollte er mich jetzt rein? Boah, war gar nichts. Ach, Mann. Hm. Hmm... Bitte. Als hätte ich was zu verbergen beim Röntgen, ne? So ein Schädel, ey. Das ist ja grad geil, alle dürfen so durchfahren, nur ich, ich werd geröntgt, ey. Okay. Ich glaub, die wollen uns heute nicht gut mit mir meinen, ey. Okay. 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 heißt dann gleich bald feierabend junge wie sieht der denn aus also war schon lage wird sich mit ihr auf jeden fall lohnen dann fällt er noch so ein scan ja das geil kv trifft mir leid was wir schraten reichverschlussverkehr kennen sie auch in etwa auch geil ja 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 Von der Röntgenhalle bis jetzt waren wir schon drei Minuten verballert, ey. Boah, Junge. Boah, das wird nix, ey. Ich steh kurz vor der Autobahn, das glaubst du ja nicht, ey. Geiler Verkehr sag ich nur. Also da kannst du auch Stunden vergehen, ey, bis du da fertig bist. Oh, Terra-Fahrzeug, ey. Alter, guck mal, wie weit die da hinten schon stehen, ey. Bis zur Abfahrt, ey. Hm. Hm. Schon krass. Ich glaube, ich weiß ja schon, wie ich die Folge da nenn. Stundenbäckle-Homie-Blau. Stauerlau-Aule, oder? Ja, dann war Feierabend, du redest schon grad an den Stoß, ey. Boah. Ah, auf geht's. So. Es kommt nämlich gleich noch ne Raststätte. Und an der Raststätte. Dann mach ich da nochmal, das mach ich da nochmal, nochmal einen Boxenstopp. Da vorne ist es schon. Ich lass den Stream aber laufen. Wie gesagt, ich geh jetzt noch schnell einkaufen. Dauert net lang. Und fahren wir auf jeden Fall noch die... die Stunde so nahe. Oh, ha. Schwellender Tank. Aber auch geiler Tankstelle. Mal stellen uns jetzt einfach mal da hinten hin. Und dann. Appla. So... was das ja der kommt vorbei das ist schön so da haben wir den einkauf das ging schnell sogar noch eine bekannte getroffen böse gehen raus guck mal vor allem weiß ich nicht ganz verstehe das navigation sagt geradeaus obwohl ich rechts fahren soll man ist zwar das schön und gut aber ich glaube da müssen sie noch was fixen das war vielleicht noch eine das wäre vielleicht auch eine gute idee bin mal gespannt wann der wann der erste patch rauskommt genauso wie hier ist keiner sein dass die grafik schon wieder so damals noch und geht rentenapparat hier aber ich hoffe dass man morgen morgen wenn man wieder zurück nach die richtung sarayone fahren ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen dass wir weiter unten nach richtung albanien fahren können ich fahr jetzt einfach mal geradeaus gucken was passiert also nix wert vorfahrt sehr schön und das erste mal dass ich in der mann mit all die süd werbung sehe gefällt war so 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 Das war's für heute. Was ploppt denn hier die ganze Zeit auf? Oh. Das wäre doch immer ein geiler Pauseplatz, so wie ich die Brücke rüberfahre. Ladesäule? Ey, Tankstelle, wenn es eh Ladesäule wäre, wäre es natürlich nicht schlecht. Ah ja. OBS wie immer. OBS wie immer.